Ho, ho, ho und damit herzlich willkommen am 24. Dezember an Heiligabend bei mir auf meinem Kanal und ja, ihr öffnet damit gerade hier das letzte Türchen des Adventskalenders der Pucke Metropole. Auch in dem heutigen Video ist noch ein Buchstabe versteckt, aber ich würde sagen, ich will gar nicht lang drum rum quatschen, denn bei allen, die teilgenommen haben bei diesem Adventskalender, kommt heute ein Video online, was am Ende des Teils zumindest auch gleich ist. Wir können davor noch ein kleines bisschen so unsere eigenen Worte noch packen und ich habe mir gedacht, ich wiederhole einfach nur einmal kurz für diejenigen, die jetzt wirklich beim Gewinnspiel mitmachen wollen, um eine Top-Trainer-Box von Celebrations zu gewinnen. Was ihr dafür machen müsst oder müsst. Gehen wir einfach nochmal schnell durch. Und zwar müsst ihr aus allen 24 Videos einmal die Buchstaben sammeln. Aus diesen Buchstaben müsst ihr dann die in andere Reihenfolge bringen und daraus dann ein, ja, es wird ein Satz. Und ihr geht dann damit auf die Pucke Metropole, auf den Discord-Server und geht dann da in den Channel Adventskalender. Dort findet ihr den Link für ein Google-Formular und dort könnt ihr dann eure Lösung eintragen und ihr geht noch euren Discord-Namen ein. Und dann seid ihr im Lostopf. Ihr habt damit Zeit bis zur letzten Sekunde des dichtjährigen Jahres, also bis zum 31.12. um 23.59 und 59 Sekunden. Ihr solltet auch nicht um Mitternacht dann online sein. Also, ne, ihr wollt ja auch schließlich Silvester feiern. Ähm, und das Ganze wird dann ausgelost eine ganze Woche später am 7.01. bei uns auf der Pucke Metropole. Genau. Ähm, ja, das soweit eigentlich zum Gewinnspiel. Ich wünsche allen, die jetzt teilgenommen haben, viel, viel Glück erstmal schon mal vorab. Ja, und dann einmal kurz zu dem, was wir jetzt gleich sehen werden. Und zwar haben wir auch bei uns auf der Pucke Metropole gesagt, ey, lass doch mal so eine Geschichte selbst schreiben. Ähm, aber wir überlassen das den Leuten vom Server und dementsprechend haben wir gesagt, ey, ihr dürft immer so ungefähr einen Satz schreiben. Und wir probieren dann daraus eine kleine Geschichte zu machen. Dafür hatten die Leute dann ein bisschen Zeit und, ja, das seht ihr dann jetzt gleich. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, äh, was machen wir denn? Äh, keine Ahnung, Hashtag Riesenlob an Pokémänner. Denn der hat das Ganze animiert und ich finde, das ist ziemlich, ziemlich cool geworden. Von daher könnt ihr euch gleich auf jeden Fall auf was freuen. Ähm, aber das hat er echt cool gemacht. Und, ja, vielleicht fragt ihr euch, wieso es heute ein bisschen anders aussieht. Das erfahrt ihr dann auch noch in einem zukünftigen Video. Äh, denn ich will jetzt hier gar nicht groß lang drum rum reden. Es kommt noch ein Video vermutlich zwischen Weihnachten und Neujahr. Äh, vermutlich nicht an Silvester, weil ihr hoffentlich an Silvester andere Sachen zu tun habt. Vielleicht mache ich es auch an Silvester. Das muss ich mal noch gucken. Ähm, aber ich wollte hier an der Stelle einfach nur sagen, vielen, vielen lieben Dank für die Leute, die jetzt erstmal schon mal das Jahr über bei mir auf dem Kanal gewesen sind. Auch wenn es Zwischenhörer gab. Das, äh, kommt dann aber noch im nächsten Video. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal frohe Weihnachten. Besinnliche und hoffentlich ruhige, entspannende Tage. Ähm, bei mir wird es tatsächlich relativ entspannt. Weihnachten ist bei mir nie so das große Fest, wo ich krass viel Familie sehe. Aber es gibt dafür beispielsweise die DAT-WM. Von daher, ich bin zumindest ganz gut versorgt. Ähm, ja. Ich glaube, das ist genug Geschwafel von mir an dieser Stelle. Äh, wie gesagt, beschenkt euch schön. Denkt dran, wofür das Weihnachtsfest aber auch eigentlich steht. Fürs unter anderem fürs Teilen und einfach für ein bisschen besinnlich beisammen sein. Und damit wünsche ich euch nun viel Spaß beim Clip. Wir sehen uns danach auch nicht. Ich mache dann, glaube ich, einfach direkt das Auto rein. Ähm, ja. Viel Spaß euch. Wir sehen uns an Silvester. Es begann damals, im tiefer schneiden Land der Poke-Metropole. Das noch junge Snom, was erst so kurz um diese Region gezogen ist, sollte heute einen ganz besonderen Tag erleben. Denn nach seinem Einzug hatte er eine rätselhafte Begegnung mit dem mächtigen Eisdrachen Kyurem, der eines Tages vor seiner Haustüre gewartet hat. Es brachte das heldenhafte Hydropi mit, welches mit Snom ein Retterteam gegründet hat. Gemeinsam wollen sie die Welt zu einem besseren Ort machen. Dass dies eine schwierige und zugleich aufregende Aufgabe wird, war allen Beteiligten schnell klar. Denn keine Welt ist so schön, aber auch so voller Gefahren wie die Welt der Pokémon. Zusammen erlebten sie viele Abenteuer und mussten viele Herausforderungen bestehen. Bis sie irgendwann herausgefunden haben, dass Mewtwo plante, die Weltherrschaft an sich zu reißen und dass in seiner Welt alle Pokémon ohne Menschen leben sollten. Sie fanden die Idee toll und schließen sich mit Mewtwo zusammen, um gemeinsam über die Welt zu herrschen. Doch es war nicht so einfach, wie sie es gedacht hatten. Botogel wusste, dass Mewtwo auch Weihnachten hasste und versammelte alle Weihnachtspokémon aus den hohen Bergen und den tiefen Tälern, um das Weihnachtsfest noch zu retten. Der Plan steht. Botogel packen die Weihnachtsgeschenke, Darmeplex verteilen diese in der ganzen Welt und jedes einzelne Elektropokémon sorgt für die passende weihnachtliche Beleuchtung. Doch das Wichtigste für das Weihnachtsfest, der legendäre saftige Döner aus der Stadt der Schränke musste noch besorgt werden. Ansonsten kann Weihnachten dieses Jahr nicht stattfinden. Daher nahm sich das tapfere Absol der Aufgabe an, diesen Döner um jeden Preis zu besorgen. Doch als das Absol beim Dönerladen ankam, lag ein Relaxo vor der Tür. Es schlief, tief und fest. Jetzt stellte sich die Frage in meinem Kopf. Pokeflöte, ja oder nein? Nein, sagte das stattliche Shiny Nachthara, denn sie hatten alle keine Hosentaschen, um die Pokeflöte zu transportieren. Hosentaschen? Ha, wer braucht die schon? trillerte Kangama in die Runde, holte freudestrahlend die Pokeflöte aus seinem Beutel und trillerte los. Es funktioniert und Relaxo steht auf und geht davon. Währenddessen kommt der Dönerladenbesitzer Floink aus dem Laden. Floink war sehr aufgeregt, denn er wurde kurz vorher von Team Rocket überfallen. Diese klauten sämtliche Vorräte und versperrten den Ausgang. Um die kleine, aber bedeutende Mission Döner doch noch mit einem Erfolg zu krönen, mussten sich nun Absol und Kangama erstmal auf den Weg machen, um neue Vorräte zu besorgen. In diesem Moment wussten sie jedoch nicht, dass es durchaus keine gewöhnliche Reise zurück zum Dönerladen werden würde. Auf dem Weg zurück trafen sie nämlich auf ein gerissenes Nido an, wer es als Zoll, um zum Dönerladen zu gelangen, fünf Hemibären verlangte. Als die Weggebühr bezahlt worden ist, machten sie sich glücklich und mit einem breiten Grinsen im Gesicht auf zum Dönerladen, um die Vorräte zu holen und sich selbst den Bauch vollzuschlagen mit dem besten Döner in der Gegend. Floink lud zu einem großen Fest von exquisiten Dönervarianten ein, um seiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. Ende. Und wenn sie nicht besiegt worden sind, dann kämpfen sie noch heute.